Mein Name ist TJ Giger, ich bin zusammen mit Fredrik Streumböck, der Produzent von Jessy´s ersten Album. Jessy ist mit seinem Management bei uns vorbeigekommen und wir haben uns eigentlich zum ersten Mal im Mai getroffen und ich war sofort sehr überzeugt von ihm, einfach von seinen Qualitäten und auch menschlich haben wir uns von Anfang an super verstanden. Wir haben dann zusammen geschaut, was man eigentlich machen möchte, in welche Stilrichtung das ganze Projekt gehen soll und wir haben uns da eigentlich sofort und sehr einfach gefunden. Das Songwriting ist eigentlich fast immer der spannendste Teil. Es ist total aufregend, weil man einfach noch nicht weiß, wo die Reise hingeht. Man setzt sich mit einer Gitarre oder mit einem Klavier hin und in diesem Fall haben Jessy, Fredrik und ich alle Musik zusammen geschrieben und wirklich von Null angefangen. Und das ist, muss man sich vorstellen, wie man einen Urlaub bucht und man weiß nicht, wo es hingeht. Man weiß, es wird total spannend werden, aber wohin die Reise geht, keine Ahnung. Ja, also das Album soll sehr vielseitig sein. Es soll wirklich so halt meine Seiten zeigen, halt die gemütlichen langsamen Balladen, aber auch halt die Abtemponomien, die ich eigentlich sehr mag und auch selber viel höre. Also es soll wirklich auch party-party-tauglich sein und muss einfach Spass machen und gute Laune verbreiten. Jesse war es eigentlich von Anfang an sehr wichtig, dass das Album eine ganz persönliche Note von ihm hat. Wir haben uns dann zwei, dreimal getroffen, wo wir eigentlich gar keine Musik zusammen gemacht haben, sondern er uns eigentlich nur aus seinem Leben erzählt hat, was ihm wichtig ist, was ihn bedrückt, was ihn zu Gedanken anregt. Und so haben wir eigentlich die ganze Thematik des Albums zuerst in Thematiken eigentlich runtergeschrieben, über was wir überhaupt schreiben möchten. Ich denke, sie werden überrascht sein, dass halt sehr viele Party-Sachen auch drauf sind, wirklich Club-Songs, die einfach wirklich gute Laune machen, wo man dazu tanzen kann, mitsingen kann. Also einfach Songs, die man gut mitsingen kann. Halt mich für Aufmerksamkeit! Ich denke, sie werden euch noch nicht interessiert, wenn man die Kr一些 Ich denke, sie werden ja noch nicht nennen. Und dann ist dann da so oft. Und dann wie ein? Und dann wäre es mir dann auch gleich! Und dann ist das, was es! Und dann gibt es ihnen. Bis zum nächsten Mal.